Manch einer betrachtet die große Not in der Welt und denkt, was kann ich daran schon ändern? Es gibt aber etwas, was sie tun können. Sie können nach dem Gesetz des Fastens leben und beim Fastopfer großzügig sein. Das Fastopfer dient allein einem Zweck, Menschen in Not zu helfen. Jeder Dollar, den der Bischof als Fastopfer bekommt, wird zum Wohl der Armen verwendet. Wenn die Spenden den Bedarf vor Ort übersteigen, werden sie dorthin weitergegeben, wo sie gebraucht werden. Als Apostel des Herrn Jesus Christus habe ich die Welt bereist und Zeugnis von ihm abgelegt. Heute stehe ich vor ihnen und bezeuge noch etwas anderes, nämlich, dass Millionen Kinder des himmlischen Vaters Not leiden. Zu vielen Menschen in der heutigen Welt, Abertausenden Familien, mangelt es täglich an allem. Sie hungern, die beißende Kälte macht ihnen zu schaffen. Sie sind krank, sie trauern um ihre Kinder, sie bangen um die Sicherheit ihrer Familie.